ja servus wir sind jetzt hier gerade bei der woodstock academy da könnt ihr mal schauen und gleich treffe ich hier einen jungen mann der tobias zeiser aus der steiermarkt aus st gallen und gleich gleich eine schöne session servus tobias so jetzt zeigen wir euch mal wie das hier aussieht ich dachte mir jetzt wenn wir jetzt hier den jahreskalender machen dann können wir das mal hier direkt vor ort machen hier sind wir schon konzertsaal genau da gehen wir jetzt rein so sieht es aus da hatten wir gerade eben noch einen workshop mit dem christoph moschberger den workshop polka für zwei und wir zwei haben jetzt für euch gleich eine schöne polka die heißt zwei schwestern und mit ihm kann man zusammen spielen wunderbar das haben wir gestern schon gemerkt und wie zwei brüder und weil wir so zusammen spielen wie zwei brüder spielen jetzt für euch zwei schwestern aus dem repertoire der egerländer musikanten ok viel spaß und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020